Wir sind dabei, Vault 1-1-1 zu verlassen. Hier, schaut euch das mal an. Die Tür geht auf Proms. Fette Hydrauliktür. Das sieht schon geil aus. Man kriegt richtig einen Eindruck von dieser Technik irgendwie. Proms. Alles ist so schwer und so mechanisch. Das ist so eine Mischung aus so fortschrittlicher Technik. Alles ist so mechanisch und ein Stück weit stehen geblieben in den 50ern. Da ist der Aufzug. Tür ist offen und hier geht es jetzt nach draußen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da draußen aussieht, was Quatsch ist, weil ich habe es ja schon gesehen, aber ihr seid natürlich gespannt. So recht, wie es da aussieht. So, jetzt können wir noch irgendwas ändern. Man bekommt jetzt noch mal die Chance, die Specials zu ändern, das Aussehen, den Namen. Aber das lassen wir jetzt mal. Wir verlassen gar nicht erst in Frage stellen, sonst bödelt man da wieder eine halbe Stunde rum. Ja, die Ladezeiten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf PS4 sind durchaus happig. Was natürlich dann immer so ein bisschen in den Zwischenbereichen ein bisschen nervt, wenn man einen Raum betritt oder so wie hier, dann lädt er immer eine Weile. Das zieht dann immer so ein bisschen raus. Bei mir war es so, ich habe Fallout 3 und auch New Vegas anfangs auf der 360 gespielt. Aber jetzt halte ich mal kurz die Klappe. So. Und jetzt beende ich meinen Satz, während ich hier noch einen Rundflug mache. Ich habe es auf 360 gespielt und dann nochmal Fallout New Vegas auf PC. Und das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Jetzt nicht nur grafisch, weil ich es mit Mods gespielt hatte, sondern eben auch von den Ladezeiten, was natürlich viel, viel geiler ist, wenn man das Ganze eine Tür aufmacht und ist im Prinzip sofort im Raum. Und hier ist es natürlich so, dass du lädst einen Raum und das dauert eine Weile. Das zieht einen immer so ein Stück weit raus. Brumm, brumm, brumm. Aber es ist jetzt nichts, was das Spiel groß schmälert. Das ist ein kleines bisschen nervig. Hier ist falsch, da wollte ich gar nicht mehr. Ich gehe den anderen Weg zurück. Ansonsten grafisch. Ich weiß, es gibt Leute, für die ist die Grafik nicht gut genug. Ich gehöre nicht dazu. Für mich ist die Grafik absolut okay. Ich vermisse nichts so. Ich finde, es ist völlig in Ordnung. Die Welt ist riesig, sie ist dreckig. Es gibt viel zu sehen, viel zu looten, viel zu betreten. Und ja, für mich ist es völlig okay. Ich habe nicht viel mehr erwartet als das. Und ja, ich kann da nur für mich reden. Mich persönlich stellt die Grafik absolut zufrieden. So. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich den Aufzugskampf nochmal gedrückt. Überall. So, zack. So sieht es aus. Und jetzt gehen wir mal den Weg zurück. Und ist das nicht verrückt? Wir haben keine Ahnung, wie viele Jahre vergangen sind. Das ist exakt hier waren wir. Vor fünf Minuten. Hier war die Kontrolle. Mit dem Typen in seiner Power Armor. Hier, da steht noch der Kontrolleur. Die haben es nicht geschafft. Das sind die Leute, die davor standen, die es nicht geschafft haben. Guckt euch das mal an. So, und die Welt ist eine Ruine. Wo gerade noch Harmonie war, ist jetzt Radioaktivität. Völlig verrückt. Da haben wir gewohnt. Ne, also nicht das, sondern ein zweiter. Aber schaut euch das mal an, ey. Alles kaputt und verfallen. Ne, ist schon krass. Oh, guck mal das. Das ist Mr. Handy hier. Kopfwörse. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du, du bist es wirklich. Ja, was ist passiert? Cardsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintölig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Tja, Sie haben Sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lange schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen zwei Jahrhunderte zu spät zum Essen. Ha, 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 ha. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. So, äh, ja, jetzt könnte ich alles klar. Das ist eine, ähm, Charisma-Antwort sozusagen. Ich probiere es einfach mal. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Hat geklappt. Oh, Sir, das war schrecklich. Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten zehn Jahre habe ich die Böden gebohonert. Aber atomaren Fallouten kriegt man aus PVC-Eifer nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustau'n. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... ...tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, ja, Mann, dann... Tja, ist da alles geschehen. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch... Ja, ähm, das machen wir doch. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Äh, ja, ey, es ist nicht traurig. Der arme Kerl, 200 Jahre hat er auf uns gewartet. Und, ähm, ja, das ist ja echt schon rührend. Ähm, wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Wir gehen mal auf Inventory... D-d-d-d-diverses. Hier ist nämlich unser Holoband. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an. Das ist von unserer Frau. Ups. Na, nein, kleiner Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Dann noch mal, ja. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch ist, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Das war's. Hat das jetzt aufgehört? Darum ist das Buch. Naja, das ist eine Botschaft von meiner Frau. Und da ist das Buch, was ich euch vorhin gezeigt habe, ne? Ähm, ich nehme mal an, ihr werdet es alle selber finden. Aber vielleicht ja auch nicht. Und jetzt kann ich quasi mir ein Attribut aussuchen, was ich verbessern möchte. Ja, und die sind natürlich, wie gesagt, alle wichtig. Ähm, ich mach mal... Ich glaub, ich mach mal Charisma. Ich geb ihr mal viel Charisma. Ihr steht ja drauf, auf Charisma. Und um echt zu sein, hab ich das bei mir zu Hause nicht gespielt. Da hat man auch mal einen Vergleichswert. Ähm, ja, das ist quasi unser Haus, ja? Oder das, was davon übrig ist. Gerade war noch alles heil. Und jetzt ist hier alles total verwüstet. Und es ist echt, äh, unangenehm, wie ihr seht. Aber gut, jetzt, ähm, folgen wir erstmal unserer treuen Roboterseele Cotsworth. So, das ist hier die Stadt. In der wir einst lebten. Ihh, festige Bläfliege. Er trifft übrigens auch nicht so oft. Also selbst bei 95%iger Genauigkeit, oder Trefferwahrscheinlichkeit sozusagen, ähm, trifft er nicht immer. Also es geht schon... Ich hab das Gefühl, dass 95% waren früher eher 100% und heute sind's vielleicht eher 80%. Ja, jetzt kann man die natürlich hier alle looten. So alle Häuser. Aber das wird hier auch unsere erste Siedlung werden. Also, das ist nicht so, dass ich jetzt hier alles looten muss. Weil ich komm mir eh wieder her. Und, ähm, bin hier häufiger zu Gange, so dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn mir jetzt hier quasi was durch die Lappen geht, ja. Na, Homie? Was ist los? Kommst du? Warte mal weiterziehen. Hey, Cotsworth. Ja. Ich weiß. Ich weiß, mein Junge. Kommst du? Oder wartest du jetzt, dass ich irgendwas Bestimmtes, äh, finde? Oder... Ich wollte es doch vorangehen. Das wollen wir doch jetzt mal machen. Übrigens... Oh. Mit den Karten, ne? Also es ist so... Es... Es gibt keine Minimap oder so. Ich hab's vorhin im Chat so ein bisschen gelesen. Aber es gibt halt hier unten diesen Kompass. Und der reicht im Prinzip völlig aus. Weil man sieht dann immer, ähm, in welcher Himmelsrichtung sich das Ziel befindet, zu dem man möchte. Jetzt in diesem Fall ist halt unser Roboter hier unser Questziel. Dann seht ihr hier, da verändert sich dann die Meta-Anzeige, wie weit der, äh, Homie weg ist. Das reicht aus, finde ich, ähm... Ah ja, guck mal hier. Das wird hier unsere erste Basis, sozusagen. Aber... Zack. So, jetzt seht ihr's. Das ist die, die Werkstatt. Und, ähm, jetzt zeig ich euch mal direkt das Bausystem. Denn es gibt jetzt hier einen Bereich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon eingezeichnet ist. Oder ob das im ersten, späteren Verlauf kommt. Ah ne, man sieht's schon. Ihr seht hier so grüne Wände, ja? Und innerhalb dieser grünen Wände, befinden wir uns jetzt, können wir was bauen. Und das... Hier, wir können auch alles looten. Zum Beispiel diesen Baum. Für acht Holz verschrotte ich den. Alles hier, dieses ganze alte Geäst, kann ich hier einsammeln. Und ich kann im Prinzip alles runterbrechen auf seine Grundmaterialien. und so Ressourcen sammeln. Ich kann eigentlich alles, hier, Bäume, das ist alles Dreck, das braucht man nicht. Ich kann auch die Siedlung ein bisschen wieder aufbauen. Jetzt nehme ich zum Beispiel diesen Zaun. Zack. Ja. Zack. Der dockt sich automatisch an. Kann ich die Siedlung hier auch so in Teilen wieder aufbauen. Da ist eine Hundehütte. Und dann, ähm, sammelt er eben diese Ressourcen. Das alte rostige Auto hier, das kann ich jetzt auch zum Beispiel mit zehn Stahl machen. Hier alles weg. Guck mal. Zack. Das sind Ressourcen, die wir alle benötigen. Hier auch Dreck, Baum weg. Und so kann man zum einen aufräumen, hier die Siedlung, und zum anderen so Ressourcen gut machen. Das geht aber nur in diesen Gebieten. Und man kann natürlich alles andere auch immer so einsammeln. Das zum Beispiel. Das Haus ist völlig Schrott. Das kann ich komplett auseinandernehmen. Da kriege ich richtig viele Ressourcen für. Man hat jetzt hier eine komplette neue Grundfläche. Und jetzt könnte ich zum Beispiel entweder vorgefertigte Strukturen nehmen. Ja, also zum Beispiel so. Das sind so fällige Dinger. Das geht bis hin zu kompletten Hütten so. Kann ich die drehen und da könnte ich jetzt hier eine komplett neue Hütte hinsetzen. Oder ich baue das komplett von Crad, vom Anfang an. Und nehmen, ja ihr seht, das sind hier alles so vorgefährdige Sachen. Hier mir zum Beispiel könnte ich diese Wände nehmen. Oben seht ihr, was das kostet. Ja, das kostet in dem Fall jetzt acht Holz und zwei Stahl. Ich kann auch anfangen, erstmal eine Grundierung zu legen. Also mit Holzböden kann ich erstmal quasi sagen, okay, wie will ich das hier aufteilen? Zack. So, als kann ich hier eine Foundation ich baue jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, aber nur damit jemand einen Eindruck bekommt, weil das ja eines der krassen neuen Features ist. Deswegen ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen spannend. So ein bisschen Baumwild, oder? Ganz bisschen, ist ja fast wie Minecraft. So. Zack. Ich habe mich eine Grundierung gelegt, man kann es auch anders machen. Jetzt seht ihr, ich habe kein Holz mehr. Ich habe null Holz. So, was mache ich jetzt? Ja, ich loote ein paar Bäume. Es gibt ja genug Holz, wenn man denn das Geäst hier komplett abhacken will. so war das früher so war das früher auch als die Menschen sesshaft wurden und angefangen haben die großen Wälder zu looten und dann waren irgendwann die Wälder alle weg. Zack. Das geht natürlich nur innerhalb dieses Radius. Können wir alles wegnehmen. Am besten nimmt man es immer hier, das ist eh hier alles nur Grill, was da rumliegt. Hier, das können wir entweder, wir stellen es auf, hier gucken wir, das ist ein schöner Grill, können wir mitnehmen, können wir uns hier hinstellen, ein Stück alte Vorgartenbedülle wieder aufleben lassen oder man nimmt den Scheiß und lootet ihn. Was gelb ist, kann gelootet werden, was grün ist, kann entweder gelootet werden oder auch benutzt werden und ja, jetzt nehmen wir mal ein paar Wände, dann baue ich mal jetzt hier, guck mal hier kann ich zack, hier brauche ich eine Wand, brauche ich hier eine Wand und da eine Wand und jetzt können wir zum Beispiel hier mal ganz schnell machen wir mal hier so ein Fenster, Fenster rein, so, hier kann man durchgucken, zack, da seht ihr, jetzt habt ihr hier einen kleinen Vorsprung, kann man rausgucken und so baut man das komplette Ding und dann kann man da auch Betten reinstellen, man kann Möbiliar à la couleur da reinstellen und dann können da Leute einziehen und also neue Siedler, die dann da leben. So, jetzt seht ihr, ich habe direkt ein Level up bekommen, weil ich so viel gebaut habe, gab es direkt ein Level up. zack, 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 dann machen wir hier nochmal, da muss gleich logischerweise, na, hier muss jetzt gleich die Tür rein, Tür ist hier, da ist die Tür, die muss natürlich dann, na, passt nicht ganz perfekt mit dem, hier willst du nicht andocken, passt nicht perfekt mit dem, doch, geht noch einigermaßen, ja, und die letzte Wand machen wir auch noch, na, nein, zack, oh, die Wand ich jetzt genommen habe, ist leider da ganz hinten, muss ich mal wieder ganz rumscrollen, so, zack, okay, jetzt seht ihr, das ist jetzt schon mal ein fertiger Raum, jetzt kann ich hier Treppen, es gibt hier so Treppen, kann ich theoretisch auch eine zweite Etage bauen, ähm, ja, kann man einige Stockwerke errichten, so kann man sich eben seine Häuser zurecht, äh, wurschteln, natürlich müsste ich jetzt eigentlich da noch, quasi, gleich ein Dach raufsetzen, ja, und, so kann ich diese Siedlung wieder aufbauen, ja, und das mal nur als Beispiel, man öffnet das Baumenü, indem man die mittlere Taste gedrückt hält, hier den ganzen, kann man hier alles wegräumen, dieses ganze Geröll, und, ähm, so und dann, zeige ich euch mal eben, wie das Craften funktioniert, das ist jetzt unsere Hauptbank, sozusagen, hier seht ihr rechts die Werkstatt, was die alles hat, und die wandelt eben automatisch, Gerümpel aller Art, um in Ressourcen, also wenn man so einen Globus findet, nehmen wir an, ihr durchstreift irgendein Gebäude, und da liegt so ein oller Globus auf dem Boden, dann nimmt ihr den mit, dann denkt ihr erstmal, okay, das ist nur Quatsch, was soll ich damit, aber ihr seht, dieser Globus beinhaltet zwei Kork, zwei Plastik und eine Schraube, ähm, und so ist es halt mit allen Dingen, und jetzt kann ich mal in mein Inventar gehen, und ich hab jetzt ja allerlei Krams mitgenommen, was man überhaupt nicht braucht, Schrott, Benzinkanister zum Beispiel, gibt mir drei Stahl und Öl, Öl ist sehr wichtig, Zigarettenpäckchen, Plastikstoff, Asbest, kann man aber auch verticken, weil hat wenig Gewicht und relativ hohen Wert, also Zigaretten kann man auch immer gut bei Händlern verkaufen, ähm, diese Relaispule, zwei Stahl, zwei Kupfer, Nuka-Cola-Flasche, das ist, die ist leer, da krieg ich Glas für, und Vorkriegsgeld, daraus kann ich Stoff machen, ich kann's aber auch verticken, weil es hat kein Gewicht, also das ist, äh, immer gut, wenn man Vorkriegsgeld findet, immer, immer mitnehmen, es hat kein Gewicht, hat einen sehr hohen Verkaufswert, und zur Not kann man daraus Stoff machen, also immer Zigaretten, äh, Vorkriegsgeld müsst ihr immer mitnehmen, so, und, ähm, dann gibt's hier noch diese Waffenbank, da kann ich mir jetzt eine Waffe nehmen und kann die eben modifizieren und dementsprechend die aufwerten, allerdings benötige ich für diese Modifikation logischerweise Ressourcen, diese Ressourcen findet ihr eben, indem ihr Gerümpel mitnehmt und die dann umwandelt in diese Ressourcen und dann ist es auch abhängig davon, ähm, was ihr für Perks habt, ja, ich zeig euch jetzt mal eben die Perks, denn das hat sich auch verändert, ich kann jetzt ja Level Up machen, mein erstes Level Up, so, und das ist das neue Perksystem, hier oben seht ihr die Specials, ähm, es ist hier in Deutsch natürlich anders, im Englischen, Stärke bleibt gleich, äh, Strength, Wahrnehmung ist Perception, Ausdauer ist Endurance, Charisma bleibt gleich, Intelligence bleibt gleich, Beweglichkeit ist Agility und Glück ist Luck, das ergibt dann eben das Wort Special und ihr seht, man kann dann quasi zu jedem Attribut hier so runtergehen und da benötigt man eben entweder ein gewisses Level oder ein, ähm, eine gewisse Stufe in der jeweiligen Kategorie, als Beispiel nehmen wir mal, ähm, Wahrnehmung, da gibt es zum Beispiel ein sehr mächtiges Perk hier unten, das ist massiertes Feuer, das kennt ihr noch aus Fallout 3, da war das super, ähm, im Bar, weil du mit jedem Schuss, was, den du im Wetz quasi angegeben hast, die, ähm, Präzision erhöht hast, sodass du Ziele, wo du einfach nur, wo du, was weiß ich, 20%ige Wahrscheinlichkeit hattest, äh, konntest du dann hochpimpen auf 95, indem du, ähm, dieses Perk benutzt hast und da brauchst du jetzt Wahrnehmung 10 und, ähm, halt eben dieses entsprechende Level dafür, um das freizuschalten. Ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel das hier schon, zack, was haben wir denn Wahrnehmung, ähm, ja, ihr seht's, was es hier für Perks gibt, ähm, ich guck mal eben, was wir nehmen, Luck zum Beispiel, deswegen ist Luck so wichtig, da findet ihr nicht nur mehr Ressourcen, sondern ihr könnt auch eure Critical Hits massiv verbessern, das finde ich sehr wichtig, in meinem Spiel spiele ich halt so viel mit kritischen Treffern und hier bekommt ihr, könnt ihr quasi dreimal ausbilden, bis Level 40 ist das letzte, den vierfachen zusätzlichen Schaden bei Crit Hits und dann könnt ihr das kombinieren mit kritischer Sparer, darauf könnt ihr euch dann bis zu drei kritische Treffer aufsparen, die könnt ihr dann manuell zünden sozusagen und das ist ein instant kritischer Treffer und, ähm, dafür braucht ihr aber Glück 7 und logischerweise jetzt hier in dem Fall das Level Cap von 43, aber dann stellt euch vor, ihr habt, macht hier irgendwie vierfachen Schaden mit Crit Hits und habt drei Crit Hits quasi noch im Speicher und wenn ihr dann auf irgendeinen Endgegner trefft, könnt ihr euch ausrechnen, ähm, was das dann für Schaden macht, es gibt dann auch noch Waffen, äh, die ja auch quasi, die dann noch mehr kritischen Schaden machen, also das, das ist dann schon ein Bild, der auf jeden Fall mir mächtig erscheint äh, und ihr habt immer die Möglichkeit, hier oben auch direkt die Punkte wieder weiter zu investieren in diese, äh, Specials, ja, ähm, wenn ihr dann irgendeinen bestimmten Perk wollt, das hier zum Beispiel ist der lokale Anführer, das ist ein Perk, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, den hab ich erst gemerkt, dass der, äh, attraktiv ist, als ich meinen Charakter schon gebaut hatte, ich hatte dann, glaub ich, nur ein oder zwei Charisma bei mir, und da hab ich gemerkt, okay, dieses ewige Rumtragen von Ressourcen von einer Base zur anderen wird echt nervig, und mit diesem, äh, Perk kannst du Leute zwischen den Werkstatt-Siedlungen hin und her schicken, und ich hab's selbst noch nicht aufgebildet, weil ich da noch nicht hingekommen bin, aber es müsste eigentlich so sein, dass man dann eben diese Ressourcen zugänglich macht für die jeweilige Basis, wenn die angebunden ist. Ähm, ja, so sieht das aus, und dann müsst ihr euch eben überlegen, was ihr wollt, man will immer alles haben, äh, dass hier zum Beispiel, äh, Gewehre verursachen 20% mehr Schaden ist auch ein super mächtiger Perk, das gleiche gibt's hier für Pistolen, grad am Anfang spielt man viel mit Pistolen, im etwas späteren Spiel spielt man nicht mehr so viel mit Pistolen, sodass man dann dieses Perk vielleicht nicht mehr nutzt, und da muss man sich echt überlegen, so, oh, alles klar, ähm, was will ich haben? Blutiger Tod ist auch natürlich klar, da zerspratzen die Leute, man bekommt auch einen 5%igen Bonusschaden, steht jetzt hier nicht, ähm, Waffenfreak ist auch cool, damit kann man eben seine Pistolen und, ähm, Gewehre verbessern, äh, das ist auch eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall, ähm, früher oder später benötigt, und dann diese üblichen Sachen, wie, ähm, ja, Lockpicking, dass man Schlösser öffnen kann, ähm, das ist alles wichtig, also, was nehmen wir? Vielleicht am Anfang mal, damit ich ein bisschen Waffen modifizieren kann, damit ich euch das auch zeigen kann, nehme ich vielleicht am Anfang mal, äh, Waffenfreak, weil das braucht man sowieso, Auswahl bestätigen, zack, ähm, babam, und jetzt seht ihr hier, dass, äh, ich jetzt schon die Berechtigung habe, gewisse Sachen, ähm, zu machen, die vorher vielleicht nicht gingen, aber dafür fehlt mir hier, zum Beispiel seht ihr da, rechts, jetzt ist dazu, ab dieser Stufe, brauche ich, ähm, diesen Waffenfreak Nummer 1, und den habe ich jetzt, mir fehlen nur natürlich jetzt, die nötigen Ressourcen, und die werde ich mir immer besorgen, indem ich jeden Scheiß sammle, den es irgendwo gibt, okay, das, ähm, zum Ressourcensystem, hier zum Beispiel Beton, guck mal, kannst du hier, kriege ich sechs Beton, und so weiter, ja, das gleiche hier mit der Rüstungsbank, könnt ihr eure, ähm, hier, das ist auch alles Dreck, das ganze Haus hier kann weg, alles Dreck, alles weg, ist nur im Weg, liegt nur rum, kann man nichts mehr mitmachen, so, und das ist ein System, ey, da kann man sich stundenlang mit aufhalten, ich zeige euch später, ich habe ja meine Playstation mitgebracht, mal wie weit mein Charakter gekommen ist, was ich so alles gebaut habe, könntest du das mit den Pistolen nochmal erklären, jetzt ist das ein Gag, habe ich darüber zu viel geredet, ist das ironisch gemeint, oder meinst du ernsthaft, dass ich das nochmal erklären soll, das weiß ich nicht genau, ich glaube, ich habe genug erklärt, vielleicht willst du mich auch nur veralbern, äh, weil ich jetzt zu lange drüber geredet habe, ich habe keine Ahnung, so, gut, verlassen wir das Bausystem, das wird früher oder später auf jeden Fall noch wichtig werden, so, zurück zu Codthverse, denn wir haben ja gesagt, wir wollen mit ihm hier so ein bisschen die Gegend erkunden, das Häuschen baue ich demnächst nochmal fertig, das lasse ich jetzt erstmal so, in der Werbung werde ich das nochmal fertig bauen, so, Codthverse, wo bist du denn jetzt hingelaufen, komm, kommst du doch nicht rüber, Gartenzaun, na guck mal, komm nicht über den Gartenzaun, aber ist hier nicht immer, da, da ist das Tor, zack, da geht's auf, wusste ich's doch, denn das ist der Gemüsegarten, den Zaun werden wir später auch nochmal aufstellen, so Codthverse, sie wartet ja immer noch, was willst du denn jetzt eigentlich, muss ich irgendwas bestimmtes finden, oder warum kommst du nicht mit, kommst du noch, Frau und der kleine Sean, sie sind nicht hier, ja, ich weiß, ist schon okay, danke für den Versuch, Codthverse, sie dürfen nicht aufgeben, Sir, was ist mit der Stadt, Concord ist in der Nähe, Was bringt es denn, die Siedlung wieder aufzubauen, fragt Fab Joe, also, es bringt folgendes, warte, ich mach mal eben den Dialog zu Ende, jetzt kann ich mich quasi umsehen, so, es bringt folgendes, es gibt Siedler, ihr könnt Siedler anlocken, die bevölkern dann sozusagen diese Siedlung, ja, und es gibt dann verschiedenste, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein Dutzend, keine Ahnung, du kannst quasi das ganze Wasteland wieder aufbauen, indem du überall, Siedlung errichtest, da baust du dann so ein Beacon, das zeig ich dir jetzt mal, ähm, oder euch, das ist ja nicht nur für Fab Joe, es gibt dieses Beacon, das kann ich noch nicht errichten, weil mir Schaltkreise, Kristall und Kupfer fehlen, darüber, loge ich dann Bewohner an, dann brauche ich noch hier einen Generator, den kann ich sogar bauen, den brauche ich früher oder später sowieso, ähm, den setzen wir mal hier irgendwo, wo er niemanden nervt, meinetwegen hier hin, so, da brauche ich den Generator, zack, nein, und jetzt bräuchte ich eben noch dieses Beacon, und das sehen dann die Siedler, also die hören das, die sehen das nicht, die hören das, und dann werden die angelockt, und dann setzen die sich hier nieder, und da muss ich Betten bauen, dann muss ich Brunnen bauen für Wasser, und ich muss Felder anlegen, in dem Fall gibt es hier schon ein Feld, das seht ihr, diese Dinger, die grün leuchten, das sind jetzt Melonen, da kann ich Leute beauftragen, quasi hier die Beete zu bestellen, und da habe ich Nahrung, und dann leben die hier, und schließen sich dann den Minutemen an, das ist quasi eine Gemeinschaft, die sich zum Ziel gemacht hat, das Wasteland vom Bösen zu befreien, und die Leute zu schützen, und damit baue ich quasi das Wasteland wieder auf, und damit kann man sich wirklich stundenlang aufhalten, man kann die Hauptmission auch am Anfang komplett links liegen lassen, und erst mal sich nur darum kümmern, dass man das hier alles wieder aufbaut, das können wir eben schauen, sieh dich in den Konkord um, ja, das haben wir ja im Prinzip gemacht, Ich suche jetzt nicht jedes Haus ab, es ist klar, dass man früher oder später, macht man das, wenn man alleine spielt, wie gesagt, nimmt man sich viel, viel mehr Zeit, sucht in jeder Ecke, oh geil, doppelläufige Schrotflinte, ist die allerbeste, die Schrotflinte ist echt mächtig, die kann man auch super aufposten, ist alles auf deutsch hier, ich muss erst mal quasi hier dran gewöhnen, so, das sind die Favoriten, ich kann jetzt die Schrotflinte zum Beispiel da einsetzen, und jetzt habe ich die links eingesetzt, doppelläufige Schrotflinte setze ich nach da, den Schlagschock brauche ich sowieso nicht mehr, und die Millimeterpistole setze ich nach da, und jetzt kann ich über das linke Steuerkreuz relativ schnell, seht ihr hier, die Waffen wechseln, und die Schrotflinte ist echt, die macht richtig Spaß, also die spiele ich immer noch, die habe ich derwe modifiziert bei mir, und das hier ist Red Rocket, und ich bitte euch, schaue ich das mal an, denn ich werde gleich mal kurz vor Feierabend meinen Spielstand laden, ohne euch groß zu spoilern, und werde euch mal zeigen, was ich aus dieser Base gemacht habe, hallo Hund, Ja, du bist jetzt ein Freund von mir, Willst du mitkommen, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Cool, da ist er. Dogmeat! So, und hier kann ich jetzt anklicken, kann ich ihm Befehle geben, ich kann auch mit ihm tauschen, der kann also Sachen hier für mich tragen, das klingt komisch, aber kann er tatsächlich, wenn ihr also voll seid, nichts mehr tragen könnt, euer Hund trägt gern für euch, ist einer von vielen Companions, und ist natürlich der Companion schlechthin. So, und das ist auch eine Base, die nehme ich jetzt mal sozusagen in Anspruch, wenn ich jetzt einmal diese Werkbank anklicke, dann habe ich die sozusagen freigeschaltet, und ihr seht hier wieder dieser grüne Rahmen, das ist eine weitere Base, die ich aufbauen kann, schaut euch mal an, wie das aussieht, und wenn ich gleich meinen Spielstand lade, dann werdet ihr mal sehen, was man theoretisch machen kann, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, und Ressourcen sammelt, was man aus so einer Base machen kann. Jetzt ist es noch eine heruntergekommene Tanke, hier ist irgendwie gar nichts los, das hier ist meine Power Armor Station, wenn ich eine Power Armor Station bekomme, kann ich die hier aufpimpen, und das ist dann meine Waffenbank. Und auch hier gibt es wieder Ressourcen, jetzt seht ihr das. Wenn ich jetzt auf Transfer drücke, ist es nicht viel, aber es gibt ein bisschen was. Und das Nervige ist, und jetzt versteht ihr vielleicht, warum dieser Perk Local Leader so interessant ist, alles, was jetzt hier ist, ist nur hier. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe in die Stadt, aus der ich gerade kam, und an die Werkbank gehe, dann sind die Ressourcen nicht übernommen worden. Das heißt, wenn mir da drüben jetzt irgendwie was fehlt, oh shit, da kommen die Maulwurst-Rachen. Und die kommen nie alleine, die schälen sich aus dem Boden, ey. Die sollen nicht hier in meiner Garage rumsterben, da liegen die Kadaver ab. Ihr seht, das Spiel ist nicht geschnitten, und es ist noch nicht der Bloody Mask Perk, den gibt es auch noch. Damit wird das Ganze noch blutiger. Und das ist einfach so geil am Fallout, das Wetz macht einfach so derbe Spaß. Es macht einfach so Spaß. Und übrigens, was auch echt viel, viel besser ist als im letzten Teil, man konnte im letzten Teil nicht als Shooter spielen, zumindest nicht auf Konsolen. Das war viel zu unpräzise. Dieses Spiel hier kann man fast auch wie ein Shooter spielen. Also es ist wesentlich präziser beim Zielen. Das macht viel mehr Spaß, auch mit der Sniper-Rifle rumzudödeln. Man muss nicht alles mit Wets machen. Es macht Spaß mit Wets und ich benutze es viel, aber zur Not könnt ihr auch aus der Hand jemanden abknallen. Und das ist eine massive Verbesserung. Angeblich, das hat Eddie mir erzählt, das hat es irgendwo gelesen, haben die sogar den Typen, der irgendwie für die Waffenphysik bei Halo verantwortlich war, eingekauft, nur um diese Waffenhandlings zu programmieren. Die in V habe ich nicht überprüft. Aber, ähm, guck mal, der Maul ruf, da gehe ich ein Stück näher ran. So zeigt, jetzt springt er mich an hier. Pam, Pam. Ihr seht, er ist nicht getroffen. Wo ist er denn jetzt? Jetzt hat er sich verpisst da in sein Loch rein. Kommt gleich wieder irgendwo raus. Ja, und das ist echt ein massiver Vorteil, denn man kann das jetzt wesentlich freihändiger spielen. Ach, guck mal, hier sind sie wieder. Hopp, und der andere kriegt auch auf den Kopf. Und was auch sehr mächtig ist, ist auf die Gliedmaßen zu zielen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn irgendwelche blöden Ghouls ankommen, den die Beine wegschießen unterhalb des Knies fetzt dann das Bein weg und dann fallen die hin. Und dann sind sie vielleicht noch nicht tot. Also, die sind dann wie so Zombies in Walking Dead. Die robben dann noch und nagen an euch rum. Aber, sie sind ausgeschaltet. Also, das macht schon Sinn, dann wirklich auf die, ähm, einzelnen Gliedmaßen auch zu zielen. So. Dann schauen wir mal weiter. Also, hier werden wir auch noch viel Zeit verbringen in dieser Base. Ab und zu gucke ich mal so ein bisschen, ob ihr noch so Fragen habt. Fällt mir natürlich nicht immer alles sofort auf. So, hier die nächste Stadt. Oh, guck mal hier, äh, elendige Drecksviecher hier wieder. Ah, jetzt hab ich keine Dings mehr. Das sind so ein Riesenmücken. Und Mücken sind echt die widerwärtigste Plage der Welt. Und in der, äh, Apokalypse, ihr seht das, ausgerechnet die Sachen, die man am wenigsten gebrauchen kann, haben sich noch vergrößert. Und die sind schwer zu treffen, weil die sich viel bewegen. Aber in dem Fall hab ich sie getroffen. Und hier ein Brahmin. Was ist mit dem Brahmin los? Ah. Und jetzt habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Fallout spielt. Also, jeder spielt sein eigenes Spiel. Jedes Spiel ist anders. Es gibt hier auch wieder so Blumen und so zu sammeln. Es war ja auch in Fallout und New Vegas schon, äh, so derbe, dass man da irgendwelche Brockblumen und so ständig am Pflücken war. Ähm, ist auch normal bei Rollenspielen mittlerweile. Aber das gibt's hier auch wieder. Ja, und ihr könnt entweder der Hauptstory folgen, ihr könnt Missionen abklappern, ihr könnt Dörfer befreien oder ihr lauft einfach rum und macht Freestyle. Geht in Häuser rein, schnuppert die Welt, äh, schaut, was hat sich verändert, was geht hier ab. Und es macht einfach derbe Laune. Das Spiel ist einfach super. Ich hab echt viel Spaß. Ich bin derbe gesuchtet. Und, ähm, guck mal hier, diese guten alten Ein-Mann-Bunker. Das ist auch wieder so geil. Diese geile Idee. Oh, die Apokalypse kommt. Es gibt Telefonzellen, große Ein-Mann-Bunker für die Sicherheit. Und, äh, die Leute glauben so was. Die Welt ist einfach so toll, die sie hier gebaut haben. Äh, okay, das ist jetzt die Action. Ihr seht's, äh, Raider sind da. Raider. Scheiße. Ich versuch dem mal hier, das Bein wegzuschießen. Okay, nicht getroffen. Aber, bam, ihr seht das. Man kann eben jetzt auch aus der Hand, äh, was machen. Das ist echt gut. Das macht Spaß. Und rechts unten, die Action Points, die sind wichtig. Ähm, die, äh, Action Points koppeln sich natürlich an die Ausdauerwerte. Das heißt, wenn ich jetzt gar nichts auf Ausdauer skille, hab ich dementsprechend weniger. Ähm, Aktionspunkte, Aktionspunkte sind halt echt wichtig. Je nachdem, wie viel ihr, ähm, Freihandisch spielt und wie viel ihr selbst nutzt, ist eben der Ausdauerwert wichtig. So, jetzt hab ich gerade mal ein, das ist mein Voltanzug, 5 Schadenresistenz, 10 auf Energiewaffen und diese Lederrüstung ist natürlich jetzt ein bisschen besser. Zack und ich kann's auch so machen oder so machen und wir machen Werbung, aber ich zeig nochmal eben eine Sache, dazu muss ich mal eben kurz die Waffe ausziehen, dann so kann ich das drehen. Jetzt seht ihr hier diese Schulterpads, ja, ähm, es gibt Rüstungsteile für beide Schultern und für beide Beine, die kann ich ausrüsten mit einem Anzug oder ich nehm eben einen Ganzkörperanzug und je nachdem muss man eben gucken, womit man die meisten Schadenswerte bekommt. Es gibt halt auch so Anzüge, die haben dann plus 1 auf Endurance plus 1 auf Strength oder plus 1 auf Charisma und plus 1 auf irgendwas anderes und da muss man eben gucken, was für einen Sinn macht. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und gleich erkunden wir weiter das Wasteland. Es macht schon wieder unglaublich viel Spaß. Bis gleich.